Einen wunderschönen Servus und Hallo heute zur 48. Folge vom Notizblog und wie schon angekündigt geht es auf die Insel Föhr und ich bin jetzt hier, habe jetzt schon einigen Weg hier hinter mich gebracht und bin jetzt hier an der Küste und stehe auf der Fähre. Wir liegen gerade ab und ich zeige euch einfach mal ein paar Pläne vor, mit Spaß. Sollte 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, heute auf dem Podcast gibt es, wie ihr seht, auch nicht so wahnsinnig viel jetzt direkt. Aber ich will noch mal kurz erklären, warum ich jetzt auch für bin und was euch quasi jetzt hoffentlich die nächsten Tage erwartet, wenn ich das so oft ich das filmen kann. Und ich bin hier für einen Auftritt, der am Samstagabend stattfinden soll. Bei euch dann quasi Sonntag. Und ja, das ist ein Auftritt auf einem Abiball. Normalerweise spiele ich jetzt nicht so häufig Abibälle, aber es ist der Abiball der Schwester unseres Bassisten, meines Bassisten meiner Welt, Rallye. Und für die spielen wir quasi oft Abiball. Und deswegen fahre ich jetzt die Föhr, weil die gehen auch Föhr zur Schule, macht jetzt Abi oder hat jetzt Abi gemacht. Ja, und das wird eine richtig fette Welt mit Bläsern und allem drum und dran. Und ja, die ganzen nächsten Tage wird geprobt. Und ich hoffe, dass ich da einfach ein bisschen Einblick in die Probenarbeit geben kann. Und dann zum großen Abschluss natürlich in das Konzern selber. Also, die Fähre kommt jetzt nach Sommerföhr an und von daher wollte ich es jetzt nur ankommen und was Abend essen und dann schlafen. Und wir haben morgen proben können. Also sage ich mal, Servus und Adios für die heutige 48. Folge. Und wir sehen uns morgen wieder zu 49. Ciao, bis dann.